Wir kommen aus dem Augustinakloster Würzburg, aus dem evangelischen Kirchenbezirk Löber-Zittau. Wir sind die kleine Kita mittendrin. Ärzte ohne Grenzen, der Milchhof Manke, ein Taxiunternehmen, ein Guru-Shop und das EKD Kirchenamt. Wir engagieren uns im Islamrat, der Sea-Watch und für die Stadt Frankfurt am Main. Manche von uns lieben Tango, andere Eiscreme, Teigstückchen drin, alte Musik, Finanzdesign, Jesus, Einhauenkondome und Antifaschismus. Nicht immer alles gleich. Wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Müssten wir in einer WG zusammen wohnen, wäre es vermutlich nicht einfach. Aber wir haben alle die Bilder gesehen von ertrunkenen Menschen. Alle wollen wir, dass das aufhört. Wir haben das Rauschen des Geistes gehört. Das Rauschen des Lebens. Und alle zusammen haben wir deshalb zwei Schiffe geschickt. Da spielen die Unterschiede keine Rolle. In dieser einen Sache sind wir uns einig.